Mit der C-Pilot App können Sie Ihren eigenen Standort und den Standort anderer mittels elektronischer Navigation anhand von Kartendaten ermitteln. Alles in Ihrem Telefon, Tablet oder Computer gespeichert. Einfach und sicher. Professionelle Navigation trifft Freizeitschifffahrt. C-Pilot. Ihr Audi feiert seinen fünften Geburtstag? Dann werden Sie Mitglied im Audi Club 5 Plus. Artistry für perfekte Schönheit. Mit der Entdeckung der 3D-Aufhellung. Wir präsentieren Artistry Ideal Radiance, damit Sie Ihre Haut in Ihrer strahlenden Schönheit sehen können. Entdecken Sie Artistry Ideal Radiance. Sachsen. Ein Land mit Erfolgen und Chancen. Viele davon können wir besser nutzen. Das heißt für uns in Bildung investieren und den Lehrermangel stoppen. Unsere Heimat weiter abzubaggern für Braunkohle, die das Klima schädigt, ist kein guter Plan. Dafür Geld auszugeben, noch viel weniger. Wir fördern lieber erneuerbare Energien und unterstützen Ideen und Programme zum Energiesparen. Denn Klimaschutz ist auch eine Chance für unsere Wirtschaft. Mit Tena können Sie ganz Sie selbst sein. Leiden Sie die mit dem ansteckenden Lachen. Und die liebste Spielkameradin. Tena Lady Normal und Extra mit der körpernahen Trockenzone bieten Dreifachschutz. Tena, sei wie du bist. Wie sieht das zukünftige Erlebnis unserer Passagiere am Flughafen aus? Wie verändern sich Check-in und Gepäckabgabe sowie das Ein- und Umsteigen? Wie kann Lufthansa auch zukünftig zur Verbesserung des Reisens am Boden beitragen? Machen wir uns auf eine Reise zu den Airport Services der Zukunft. Ja, es ist ein ganz neues Gefühl jetzt. Wir waren uns immer sicher. Aber nach zehn Jahren Zusammensein wollten wir unsere Liebe besiegeln. Wir hatten das Glück, dass wir mit unseren Kindern heiraten konnten. Wir alle haben Ja zueinander und zu unserem gemeinsamen Leben gesagt. Weil wir uns so sehr als Familie fühlen. Es war wirklich schön. Ein toller Tag. Wie trägt man eine Haftcreme richtig auf? Befolgen Sie diese einfachen Anweisungen. Mit Blenderdent? Gewöhnen Sie sich schnell daran. Vor jedem Auftragen reinigen Sie Ihre Zahnprothese und trocknen Sie diese gründlich. Entdecke die einzigartige Welt von Davanda. Mit tollen Kleidern und individuellem Schmuck. Einzigartigen Produkten für dein Kind. Und für deine Wohnung. Handgefertigt von Designern und Kreativen. Nur für dich. Schau vorbei unter www.davanda.com Entdecken Sie die Bepanthen Augentropfen. Für intensive Feuchtigkeit und Linderung bei trockenen und gereizten Augen. Ohne Konservierungsstoffe. Und jetzt neu in der praktischen Mehrdosisflasche. Neu. Sieben kraftvolle Schönheitsöle. Innovativ vereint in der Olivenöl-Schönheitspflegecreme. Reduziert Falten. Strafft die Haut. Und verleiht eine jugendliche Ausstrahlung durch den hochkonzentrierten Weltkomplex. Intensive Pflege. Ab der ersten Anwendung. Neu. Die Olivenöl-Schönheitspflegeserie. Nur in Ihrer Apotheke. Für alle, die Ihr Haustier lieben. Für alle, die Ihr Parkett besonders sanft reinigen möchten. Und die nicht an Saugkraft, sondern am Strom sparen. Für alle, die einen Staubsauger suchen, in dem sich technischer Fortschritt mit innovativen Design vereint. Für jeden von Ihnen haben wir die neuen Miele-Staubsauger entwickelt. Individuell. Leistungsstark. Einzigartig. Entdecken Sie den neuen Miele S8. Miele. Immer besser. Guten Abend, Dr. Tegger. Sie hat alte Fotos von deiner Fakultät. Guten Abend, Donald Buchanan. Sie kennt mich? Natürlich. Führerscheinfoto, soziale Netzwerke. PIN? Erzähl, Agent Buchanan, etwas von dir. Ich bin PIN. Ein physisch-individuelles, neuronales Netzwerk. Erfunden von Dr. Will Castor. Kannst du beweisen, dass du empfindungsfähig bist? Das ist eine schwierige Frage, Dr. Tegger. Können Sie beweisen, dass Sie es sind? Unglaublich, was Sex alles sein kann. Es geht um Entdecken, Freiheit, Besitz, Hass, Wut und Krieg. All das. International, vielfältig und innovativ. Die Interpakt 2011 in Düsseldorf. Einmalig in der Branche ist hier das Angebot an Verpackungsmaschinen und Neuheiten. Ich reiste nach Sierra Leone, Tansania, Kambodscha, Pakistan. Die meisten von ihnen werden wissen, dass allein eine solche Reise das komplette Leben verändert. Es hat mein Leben verändert. Die Menschen, die ich traf, haben die unglaublichsten Dinge überlebt. Sie überstanden es mit ungebrochenem Mut. Ich wünschte, ich könnte der ganzen Welt sagen, gehen Sie raus. Treffen Sie diese Menschen. Es wird sie verändern. Sie werden dankbar sein, diese Menschen kennenlernen zu dürfen. Und ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen, weil ich so sehr daran glaube. Ich kann meine Arbeit für diese Organisation, die ich so sehr glaube, so sehr in.